Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX-Check. Leider heute mit etwas Verspätung. Wir schauen gleich mal an die Börse, um uns die ersten Kurse anzuschauen. Die Vorgaben waren eher gemischt. Der Dow gestern unverändert, die Tech-Aktien und der S&P 500 leicht im Minus in Asien. Wie gesagt, da ging es gemischt zu. Wir gehen unverändert in den Handelstag. Ist auch mal schön, dass es keine Schwankungen von 100, 200 Punkte gibt. Und das Ganze schauen wir uns auch noch mal in der Chart-Technik an. Es bleibt dabei. Wir haben auf der Unterseite die 15.000 Punkte Marke, oben den Bereich um 16.000. Im August war ja das hoch bei 16.030. Hier die beiden Spitzen, die beiden Ausreiser bei 16.290 beziehungsweise 16.285. Gestern ging es zeitweise wieder Richtung 15.1. Bedrohlich nahe an die 15.000 Punkte Marke ran. Doch am Ende, wie gesagt, sind wir bei 15.207 aus dem Handel gegangen. Da liegt auch eine Art Unterstützung war in der Vorwoche. Mal eine Zeit lang immer wieder Auflagepunkt, wo wir immer gedreht haben. Es bleibt dabei, wie gesagt, wir müssen aus dieser Trading-Range nach oben raus. Das Thema 200-Tage-Linie spielt im Moment nicht die große Rolle. Ist zwar immer wieder mal für viele der Indikator, aber in den letzten Wochen hat es Kollege Martin Weiß auch schon thematisiert, war es einfach kein klarer Signalgeber. Und es deutet sich einfach an, dass wir noch eine Weile in dieser Seitwärtsbewegung sind. Natürlich ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung würde natürlich die Dynamik erhöhen. Also es ist heute mal relativ ruhig. Zahlentechnisch geht es erst im Laufe der Woche ein bisschen zu. Heute Abend Kia gehen mit Zahlen nach 22 Uhr. Dann die Woche ist Siemens, Linde noch aktiv. Also es kommen schon noch ein paar. Auch in Europa hatte ich ja gesagt 90 Aktien etwa aus dem Stock 600 die Zahlen bringen. Von daher gibt es schon einiges zu verdauen, zu berichten. Aber im Moment halten wir uns, was den DAX betrifft, erst mal zurück und warten die weitere Entwicklung ab. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Bleiben Sie gesund. Bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.